Das war immer das 8 zu 0 für Jürgen. Im 84. Spiel, Jürgen, Torschützer war das Spiel mit der 26, Raphael Holzhauser, das 8 zu 0 für den VfB. Aber nochmal, der ganz, ganz wichtige Appell, der ganz wichtige Hinweis, die dringende PTA, die nicht auf den Platz retten hat. Ich weiß doch.